Mit dem A45 AMG und dem CLA45 AMG startet Mercedes AMG in eine neue Ära. Erstmals in der 45-jährigen Unternehmensgeschichte bietet die Performance-Marke von Mercedes-Benz zwei High-Performance-Automobile mit Vierzylindermotor an. Beide neuen Modelle ermöglichen einen faszinierenden Einstieg in die Welt von AMG. Der AMG 2,0 Liter Turbomotor ist mit einer Leistung von 265 Kilowatt, also 360 PS, und einem maximalen Drehmoment von 450 Newtonmetern der weltweit stärkste in Serie produzierte Vierzylindermotor. Mit einem Kraftstoffverbrauch von 6,9 Litern je 100 Kilometer nach NEFZ gesamt stehen A45 AMG und CLA45 AMG an der Spitze in ihren Segmenten. A45 AMG und CLA45 AMG bieten ein faszinierend sportliches Fahrerlebnis, geprägt von beeindruckender Handwerkskunst und Individualität. Die Grundlage dafür? Bei Konzeption und Entwicklung nutzen die Experten von Mercedes AMG alle während der letzten Jahrzehnte gewonnenen Erfahrungen aus dem Motorsport und dem Bau leistungsstarker Hochleistungsautomobile und Aggregate. Blue Direct Turbomotor, Allradantrieb und AMG Speedshift DCT-7-Gang-Sportgetriebe. A45 AMG und CLA45 AMG verfügen über ein äußerst attraktives, dynamisches und gleichzeitig effizientes Antriebskonzept.